Mein Bein. Verbrannt. Ich stecke fest. Hört mal. In einem dieser Gefäße ist ein Relikt. Daran hängt eine Menge Geld. Mein Boss Rakan hat mir diesen Zauber gezeigt. Keine Worte, nur eine Geste. Genau so. Er schickt das Relikt zurück zu ihm, ihr findet das verdammte Ding, wirkt den Zauber und wir teilen das Geld. Das ist es nicht. 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 Das ist das. Das ist das. Es gibt ein weiteres. Ihr werdet es für mich finden. Ähm, natürlich nur, wenn euch etwas an Gold liegt.